Was? Du bist weg. Du bist weg. Granate! Die war scheiße. Bullshit! Bullshit! Uh! Oh la 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 la! Memon. Stirb wie echte Männer. Ah, ne, die haben die Knarren. Penetrator, soll ich die jetzt behalten oder soll ich die wegwerfen? Was ist mit dem? Ja, der macht sein Mittagsschläfchen. Kann ich hier? Ja. Cool. Ah, Blödsinn. So. So. Ist jetzt mal Schicht im Schacht. Nachladen. Hallo, ich wollte die Strohflinte nachladen. Ach, von da bin ich ja gekommen. Okay. Zack, zack. So. So. Wunderbar, ich mach mal hier lang, hier lang, hier lang. Der strakt auch nur Bild rum. Komm runter! So ist brav. Naja. Dann mal hier hoch irgendwelche Klettergeräusche. So. Nö. Pistole sammle ich jetzt nicht auf. Aber ich hecke ich mal hin. Und. Uah. Dunkel. Wo bin ich denn jetzt? Ach. Ist nicht wahr. Dann hier hoch. Ba, 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 ba. So. Gibt es hier? Nein, gibt es nicht. Aber das gibt es. Ich wollte schon sagen, wenn es hier nicht nach dem Hinterhalt aussieht. So. 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 du bleibst ... Hihi, hi, hi, hi. Tut das nicht weh? Frage Zeichen? 〜 Von woher kommen die überhaupt alle auf einmal? Von da bin ich ja gekommen. Was gibt es hier? Aha. Wow, Fraps. Okay, also muss ich jetzt doch hier hoch. Oder wie? Oder war... Haha, Reflex. Spritze. Da bin ich gesäfft. Hihi. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Kann ich hier? Ja, ich kann. So. Rüstung ist demnächst am Arsch. Geht ja noch, aber... Wie gesagt, ist demnächst am Arsch. Okay, ich muss irgendwie hoch in den Lüftungsschacht. Irgendwie da. Nein, von da bin ich gekommen. Ich muss da hoch irgendwie. Ich sollte vielleicht mal hier hoch. Okay. Dort hoch muss ich. Dort hoch. Mensch, das wird ein richtiges... Wie nennt man das? So ein leichtes Puzzlespiel. Oder was ist Puzzlespiel? So ein Motto. Hey, hier bin ich. Such mich, such mich. Na, 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 na. Äh. Ja. Jetzt bin ich aber wieder hier. Da stimmt doch was nicht. Dann Checkpoint sichern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, tut mir leid, aber ich will jetzt den Reflex... ...Gedönsverschnitt haben. Gehe ich halt hier wieder zurück. Mann. Hier hoch. Ich muss irgendwie durch hier hochkommen. Aber wo zum Geil ist das? Mensch, wenn ich das nur wüsste. Nee, kann ich nicht. So, kann ich hier vielleicht runter und... Nö. Hab ich hier schon geguckt? Achso. Dann komm ich ja nur da wieder. Also das ist mir jetzt echt ein Rätsel. Da waren auf jeden Fall zwei dicke Rohre, wo senkrecht. So ungefähr. Halte mal. Stopp. Kann ich? Nein, ich kann doch nicht. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ob ich nicht irgendwie hier runter kann und dann... Okay, jetzt schaue ich nochmal, dass ich hier irgendwie... Nee. Oder muss ich hier irgendwie hoch? Das wäre vielleicht... Das wäre vielleicht... Möglich. Oh. Ich muss irgendwie hier hochkommen, aber wie? Ah, ich glaube, ich habe eventuell eine leiste Vermutung, wie... Ich dachte, da stand gerade hier jemand. Ich kann es mir eventuell vorstellen. Hier war ich ja schon, oder? Hier, hoch. Will ich doch mal hier schauen. Weil hier geht es ja hier ran. Ach nee, Mensch, scheiße. Da komme ich ja nur hier wieder raus. Oder Moment mal.